Willkommen zurück. Welcher Tag ist denn heute? Freitag? Donnerstag? Oder Sonntag? Wir werden es sehen. Also ihr. Ich nicht. Ihr ja. Wir haben jetzt überlegt, das so zu machen. Also habe ich mir jetzt überlegt. Ist ja ganz klar. So, eine schöne kleine Hütte kriegt er dann. Auch Stein, die kann nicht weggeblasen werden oder ähnliches. So. So. Ist natürlich auch eine coole Idee mit den Fenstern das so zu machen. Eine Koppel? Ja, hab ich. Ja, das gefällt mir gut. Ja, sieht schick aus. So kann es bleiben. Da soll noch meine sagen, wir sind nicht in der Lage, was schön ist, hier zu bauen. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Wie bauen wir die Tür rein? Eine Treppe ist ganz einfach. Das ist kein Problem. Da nehmen wir einfach so was hier, ne? Eine Türe. Welche Türe? Fichten als Tür? Ja, oder? Oder Tropen? Tropen? Gibt es denn für Tropentüren für schöne? Äh, wer bist denn du? Was bist du für einer? Fahrender Händler? Oh, ja, ich nehme auf jeden Fall was. Ja, guck ihn dir an. Ja, was hast du denn schöne? Ohne Seetang. Seetang. Akaziensätzchen, Schießpulver, Kürbiskerne. Kürbiskerne brauchen wir gerade. Neh, nehm ich 5. Danke. Und was hast du sonst noch so? Ah, nichts mehr, okay. Ja, dann würde ich noch Seetang nehmen, oder? Oh nein, jetzt habe ich Weizenkörner genommen. Och Mensch, oh ne. Na gut, ich habe leider nichts mehr. Mach's gut, ne? Ja, wie cool ist das denn? Hm. Wahnsinn. Finde ich ja richtig nett. Da trinkt er halt mal einen Unsichtbarkeitstrank. Was ist denn das für ein Typ? Gute Nacht. wie putzig das aussieht tschüss seltener besuch auch mal nett so türen wir wollen die türen angucken ja neben die türen gut die textur müssen natürlich auch angepasst werden das ist klar das kriegt doch schon hin so und dann der ist niedlich aber der hat noch seine seine standard textur der decodes hmmm Wir könnten natürlich hier jetzt noch ein bisschen Deko dran machen. Was macht der denn, will der nicht mal weiter ziehen? Der klaut bei unseren Kisten was? Wehe du Klaus. Dann gibt's auch die Pfoten. So, ok. Ja das mit den Laternen jetzt hier, das lässt natürlich tausend neue Möglichkeiten auf. Kann man eigentlich eine Laterne auch da dran machen? Ne ne? Schade. Oder... Ne, das geht ja nicht. Aber wir könnten die Laterne so machen und hier und dann da dran. Dann würde ich's glaube ich lieber in Höher setzen, hier. Und dann dazwischen das so, ne? Ja, das ist zu viel. Der und sein Lama, ey. Oh, wir können richtig schön Boden reinzimmern, ne? Wir haben ja richtig schicken Boden. Mach's gut. Den hier und den hier und den hier, ne? Oh, die Bäume sind mal gewachsen. Schön. So. Was haben wir hier? So. 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 Entweder den. So. 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 Aber sowas hier. Oder wir machen eine Mischung aus allem. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 Und zwar, wenn man reinkommt, dann hat man so eine richtig schöne Verzierung da. Nein. Das ist dann da und da und da und da. Jo. Da treibt er sich ruhig dran, würde ich sagen, ist er jetzt weg. Aber der ist noch da. Ne, ne, alles gut. Na komm, die frischen Kürbisse, die er hat uns gegeben. Die können wir endlich mal nehmen, tun und einfallenzen. So. Hoch. So. Ähm. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Okay. Ähm. Wo gesiegt wird, da führt auch Spiele, ne. So. Das ist einfach so. 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 Überlegt, ob wir das so machen. Nee, 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 nee. Wobei? Hm? Doch, komm. Und das Dach machen wir ganz normal aus Eichenholz, oder? Schön ist ja das Eichenholzdach. Es war klar, dass das Eichenholz natürlich nicht reichen wird. Was? Warten. Ruhen. Ja, mach's gut. Tschüss. Haut der jetzt wieder ab, oder nicht? So. Oh. Hm. Hm. Vielleicht mit so einer kleinen Einrahmung. Was passiert denn, wenn ich den umbringe? Fällt das denn auf? Das sieht doch gar keiner, oder? Hm. Sagt er gleich, hm? Hm. So. Oh. Nein, runtergefallen. Das ist die Strafe wahrscheinlich. So. Und hier machen wir's kl- Klassisch, wie immer. So. Muss ja auch ein bisschen was hergemachen, das Haus, ne? Von den Guten. Hm. Jetzt könnte man sagen, man nimmt natürlich die hier und ersetzt die, ne? Durch sowas hier, ja. Das ist, glaub ich, gar nicht verkehrt. So. So. Platz hier. Gott sei Dank noch aufgefangen. So. Der wird uns unbedingt was andrehen, ne? So. Ja. Doch. Ich glaube, das sieht ganz nett aus, so. Oh. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, wir brauchen einen neuen Cobblestone. Aua. Hm. Habe ich natürlich nicht. Na gut, dann nehme ich gleich mal ein bisschen Erde mit. Ähm. 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 Bisschen Tropenholz brauchen wir. Okay. Machen wir uns auf die Reise. Mach's gut, Händler. Tschüss. Na ja. Unser erster Händler. Das ist doch schön. Oh, jetzt muss ich mich aber sputen, sonst komme ich nicht mehr pünktlich nach Hause. Mit Mutti's Kürbiskuchen. Mit einem schönen Kleck Sahne oben drauf. Ja komm, schlafen wir mal wieder seit langem hier im Forsthaus. Können wir was reinschmeißen? Nö. Aber Äppel können wir hier in den Kühlschrank fallen. Zack. Und dann sage ich, ähm. 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 Was ist denn das im Bett? Ähm. Da steh ich nicht drin schlafen. Na ja, muss ich aber. Also dann. Ähm. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.